Das ist Iguain, der 19-jährige Neuzugang aus Argentinien, Stürmer, Partner von Lud van Nistrooy, der auch leicht angeschlagen ist. Real im königlichen Weiß, da sind wir hin, ist geblieben, von rechts an links, Ballverlust, Roberto Carlos an Jamičić. Das ist gut und das ist das 1 zu 0, das gibt es nicht, das ist das schnellste Tor in der Geschichte der Champions League. Träumakei.